Die Automobil-Weltmeisterschaft 1968 war die 19. Saison der Automobil-Weltmeisterschaft, die heutzutage als Formel-1-Weltmeisterschaft bezeichnet wird. In ihrem Rahmen wurden über zwölf Rennen in der Zeit vom 1. Januar 1968 bis zum 3. November 1968 die Fahrer-Weltmeisterschaft und der internationale Pokal der Formel-1-Konstrukteure ausgetragen. Der FIA-Ehrentitel Großer Preis von Europa wurde 1968 an den großen Preis von Deutschland vergeben. Die Punkte wurden wie bisher im Modus 9, 6, 4, 3, 2, 1 vergeben. Es galt ein Hubraumlimit von 3 Liter, das Mindestgewicht betrug 500 kg. Die Reifen lieferten Firestone, Godier und Dunlop, alle Fabrikate sowohl im Trockenen als auch bei Nässe mit Meander-Profil. Im Chassisbau waren durchweg Leichtmetall-Monocoques im Einsatz, lediglich die Autos des Brabham-Rennstalls verwendeten noch Gitarro-Rahmen. Auffälligste Änderung im Erscheinungsbild der Wagen waren Flügel, die zunächst an der Hinterachse montiert wurden, um den Anpressdruck zu erhöhen. Die weitere Entwicklung der Aerodynamik prägte das Aussehen der Monopostos über den ganzen weiteren Verlauf der Rennserie. Mit Jim Clark, Mike Spence, Ludovico Scafiotti und Jo Schlesser verloren vier bekannte Piloten in diesem Jahr ihr Leben auf der Rennstrecke. Graham Hill gewann zum zweiten Mal die Fahrer-Weltmeisterschaft. Lotus wurde zum dritten Mal Konstrukteurs-Weltmeister. Die WM-Läufe, GP Südafrika Kielami nach Pole-Position, gewann Jim Clark in Kielami mit einem Startziel-Sieg und schnellster Runde. Mit jetzt 25 Siegen war er zu diesem Zeitpunkt der erfolgreichste Fahrer in der Formel 1 vor Juan Manuel Fangio mit 24 Siegen. Dieser Sieg war allerdings auch sein letzter. Am 7. April verunglückte Clark bei einem Formel-2-Rennen auf dem Hockenheimring tödlich. Graham Hill, der den Start verpatzt hatte, konnte sich noch auf den zweiten Rang vorkämpfen. Die Lotuswagen traten bei diesem Start letztmals im gewohnten Grün-Gelb an. Ab dem nächsten Rennen waren sie in den Farben des neuen Sponsors Gold Leaf lackiert. Jackie Stewart, der als einziger mit Clark mithalten konnte, fiel in der 44. Runde aus. Jean-Pierre Beldwas erreichte mit einem Formel-2-Matra noch die Punktenge. GP Spanien, Jarama Mike Spence sollte den tödlich verunglückten Jim Clark in Spanien ersetzen, doch Spence verunglückte am 7. Mai in Indianapolis ebenfalls tödlich. So trat Lotus nur mit einem Fahrzeug für Graham Hill an, der im Training nicht überzeugen konnte. Die Pole holte Chris Amon. Am Start ging zunächst Rodriguez in Führung, wurde in der 12. Runde aber von Beldwas abgelöst, bis dieser einen Boxenstopp einlegen musste. Dann lag Chris Amon in Führung und sah schon wieder sichere Sieger aus als in der 57. Runde seine Benzinpumpe ausfiel. So gelangte Hill in Führung, der vorher schon McLaren, Suertes und Rüme überholt hatte. Und erzielte nach den insbesondere für Lotus tragischen Geschehnissen einen Sieg, der die Überlegenheit des Teams für die kommende Saison unterstreichen sollte. GP Monaco, Monte Carlo, Johnny Selwoodsgaben hatte sich für die erste Startreihe qualifiziert und übernahm nach dem Start die Führung. Er tuchierte aber mit dem Hinterrad eine Leitplanke und verlor kurz darauf die Halbachse, so dass er schon in der dritten Runde aufgeben musste. So kam Graham Hill zu seinem ungefährdeten vierten Sieg in Monaco vor Richard Atwood im BRM und Lucien Bianchi im Kupa, die beide von den zahlreichen Ausfällen profitierten. Insgesamt erreichten nur fünf von 16 Startern das Ziel. GP Belgien, Spa-Franca Champs Im Vorfeld des Rennens war der Kupa-Fahrer Scafiotti bei einem Bergrennen am Rossfeld nahe Berchtesgaden tödlich. Verunglückt Der andere Kupa-Pilot Brian Redman verunglückte im Rennen schwer und musste für mehr als ein Jahr pausieren. Es war das erste Rennen in der Geschichte der Formel 1, in dem einzelne Wagen mit freistehenden Heckflügeln probiert wurden. Der von der Pole-Position gestartete Chris Ammon führte nach der ersten Runde, wurde aber dann von John Suertes überholt. Dieser führte bis zur 10. Runde als seine Rathaufhängung brach, wodurch der schlecht gestartete Stuarts die Führung übernahm. Dem ging jedoch in der letzten Runde der Treibstoff aus. So kam Bruce McLaren zu seinem ersten Sieg im eigenen Wagen. Im Ziel wusste er gar nicht, dass er gewonnen hatte. GP Niederlande samt Wurthes Rennen wurde bei Regen gefahren. Zu dieser Zeit boten Goodyear, Firestone und Dunlop Reifen für die Formel 1 an. Die Regenreifen von Dunlop erweisen sich als überlegen, wurden allerdings nur von den französischen Matras gefahren. Das Rennen entwickelte sich daher zu einer einseitigen Angelegenheit. Jackie Stuarts, obwohl von einem Unfall mit Handverletzung noch nicht vollständig genesen, fuhr einen nie gefährdeten Sieg heraus. Sein Markengefährte Jean-Pierre Baitois wurde Zweiter, obwohl er sich einmal drehte und einen Boxenstopp wegen eines klemmenden Gasschiebers einlegen musste. Diese beiden überrundeten das ganze Feld. Respekt verdienen auch die Punkte von Silvio Moser auf einem privaten Schalsvögele Brabham. GP Frankreich, Ruen. Das Rennen wurde von einem tödlichen Unfall überschattet. In der zweiten Runde kam Jo Schlesser bei einem Feuerunfall ums Leben. Auf Regen-Nasserbahn rutschte sein neuer und unerprobter Honda RA302 in einer schnellen Bergabkurve von der Strecke. Prallte gegen eine Böschung und überschlug sich. Das auslaufende Benzin entzündete sich sofort. Das aus einer Magnesiumlegierung bestehende Chasses gab dem Feuer zusätzliche Nahrung und Schlässer erlitt im Cockpit tödliche Brandverletzungen. Jackie ECKX gewann auf Ferrari sein erstes Formel-1-Rennen. GP Großbritannien Brands Hedge das Rennen stand von Beginn an unter der Dominanz der Lotus-Rennwagen. Zunächst führte Jackie Oliver das Feld an, dann Graham Hill. Hill schied jedoch nach 27 Runden mit Aufhängungsschaden aus. Danach führte wieder Oliver. Doch sollte ihm ein Grand Prix-Sieg nicht gelingen, denn in der 44. Runde streikte sein Getriebe. So gelangte Josef Siffat im Roppurker Lotus in Führung, die er bis zum Schluss gegen einen hart kämpfenden Chris Amon verteidigen konnte. Damit gewann er sein erstes von insgesamt zwei Formel-1-Rennen. GP Deutschland, GP Europa, Nürburgring starker Regen und Nebel mit Sichtweiten, Zeitweise unter 50 Metern behinderten die Teilnehmer auf dem Nürburgring so erheblich, dass die Durchführung des Rennens ernsthaft gefährdet war. Rahmenrennen wurden abgesagt. Unter diesen Bedingungen fuhr Jackie Stewart eines seiner größten Rennen und gewann mit über vier Minuten Vorsprung vor Graham Hill. Bemerkswert ist, dass trotz der widrigen äußeren Umstände 14 von 21 Fahrzeugen das Ziel erreichten, so viele wie nie in diesem Jahr. Technisch war die Einführung eines während der Fahrt verstellbaren Heckflügels an Beltwazmatra bemerkswert. GP Italien, Monza wie fast immer in Monza zu jener Zeit ergab sich auch 1968 ein äußerst spannendes Rennen, in dem McLaren, Suertes, Stuarts, Siffat und schließlich Holme die Führung inne hatten. Amon und Suertes wurden in der 9. Runde in einen gefährlichen Unfall verwickelt, den beide unverletzt überstanden. Nachdem in der Spitzengruppe alle bis auf Holme mit technischen Problemen aus- oder zurückgefallen waren, siegte dieser mit fast einer ganzen Runde Vorsprung. Den Kampf um den zweiten Platz entschied Johnny Zewitz-Gaven auf den letzten Metern gegen Jackie ECKX für sich. Es war seine beste Platzierung in einem Grand Prix. GP Canada, Montremblant im Training verunglückte Jackie ECKX, brach sich ein Bein und schied im Kampf um die Weltmeisterschaft aus. Das Rennen dominierte zunächst sein Markenkollege Chris Amon im Ferrari, der aber in der 72 von 90 Runden mit Getriebeschaden ausschied. Damit verlor er zum zweiten Mal in dieser Saison einen fast sicher geglaubten Sieg. Durch seinen Ausfall gelangte Dennis Holme in Führung und gewann seinen zweiten Grand Prix in Folge. Damit zog er in der Fahrerwertung mit dem bis dahin führenden Graham Hill gleich, der im Rennen den vierten Platz belegte. GP USA, Watkins Glen, die Pole-Position sicherte sich der Amerikaner Mario Andretti, der im Lotus seinen ersten Grand Prix bestritt. Auf den Ausgang des Rennens hatte er aber keinen Einfluss. Jackie Stewart fuhr seinen Matra sicher zum Sieg vor Graham Hill und John Suertes. Damit hatten vor dem letzten Lauf noch drei Fahrer die Chance Weltmeister zu werden. Hill, Stewart und Holme. GP Mexiko, Mexiko-Stadt von den drei Titelanwärtern schied Holme in der 10. Runde durch einen Unfall aus. Stewart brachte seinen Matra wegen Motorproblemen nur als Siebter ins Ziel. So sicherte sich Graham Hill durch einen Sieg seine zweite Fahrer und Lotus die dritte Konstrukteursmeisterschaft. Hill übernahm zunächst die Führung, bis er in der 22. Runde von Josef Siffert verdrängt wurde, der die Position jedoch durch einen Boxenstopp wieder verlor, Siffert wurde sechster. Weltmeisterschaftswertungen Die ersten sechs bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt. Die besten fünf Ergebnisse der ersten sechs und die besten fünf der restlichen sechs Rennen zählten zur Meisterschaft. Konstrukteurswertung Änderungen im Lauf der Saison Die zu Beginn der Saison überwiegend in Länderfarben gestalteten Verkleidungen wurden zunehmend durch Sponsorenfarben ersetzt. Eine Vorreiterrolle nahm Lotus ein, deren Typ 49 rot lackiert wurde und für die Zigarettenmarke John Player Gold lief ab. Dieser Wagen war auch der erste, der mit einem sprollerförmigen Heckflügel in Monaco antrat. Bei der Weiterentwicklung der Flügel gab es viele Zwischenformen. Kleine, fast wirkungslose Blechteile an Front und Heck und auch heute befremdlich hoch und filigran wirkende Bauteile, deren Druck direkt auf die Radaufhängung geleitet wurde. Die spätere Entwicklung verbot diese Bauweise und begrenzte die Abmessungen der aerodynamischen Hilfsmittel. Kurzmeldungen Formel 1 Jim Clark feiert beim großen Preis von Südafrika seinen 25. und letzten GP-Sieg. Am 7. April 1968 verunglückt Jim Clark beim ersten EM-Lauf der Europa-Trophäe für Formel-2-Wagen in Hockenheim tödlich. Am 7. Mai kommt Mike Spence beim Training zum 500-Meilen-Rennen von Indianapolis ums Leben. Ludovico Scafiotti stirbt beim Alpenberg-Preis Rossfeld. Am 7. Juli beim großen Preis von Frankreich kommt Jo Schlesser mit einem Honda ums Leben. Auf dem Nürburgring gewinnt Jackie Stewart beim Grand Prix von Deutschland ein denkwürdiges Rennen bei Nebel und Sichtweiten unter 50 Metern. Ab dem großen Preis von Monaco werden die ersten Formel-1-Boliden mit Flügeln ausgestattet. Die Startaufstellung wurde im Laufe der Saison geändert. Im großen Preis von Kanada im System 3-2-3 ab dem großen Preis der USA wie heute in zwei Reihen. Vereinzelt wurde das Feld mit Formel-2-Autos aufgefüllt. sculpture41-2-1-Boliden mit Flügeln ausgestattet. Ein F assisting mit Flügel-2-Vagen ist士 ludger leashestin yanke When- Saison geändert. Making Flügeln ausgestattet, das Feld und Kate, weil sie mit Flügeln ausgestattet haben.